Moser Baumaschinen vermietet und verkauft Minibagger, Radlader, Schalungen, Verdichtungsgeräte und Baukrane. Doch bevor sich so ein stählerner Riese in den Himmel streckt, muss er liegend antransportiert und mit Hilfe anderer Krane ballastiert werden. Zu diesem Zweck betreibt Moser eine Flotte mit 23 mobilen Ladekranen, die ausnahmslos von HMF stammen. Wir sind sehr zufrieden mit dem HMF-Produkt. Für unseren Einsatzfall ist HMF natürlich ein guter Kranlieferant. Wir brauchen für unsere Baukranmontagen einen sehr kräftigen Ladekran mit sehr geringem Eigengewicht und da bietet sich der Hersteller natürlich an. Durch das geringe Eigengewicht der HMF-Krane kommen die Trägerfahrzeuge auf eine Nutzlast von 13 Tonnen. In dieser Kombination können die Kranmonteure von Moser pro Tag zwei bis drei Untendreherkrane im Alleingang zur Baustelle transportieren und aufbauen. Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen lässt Moser in der eigenen Werkstatt erledigen. Für die gesamte Flotte muss der mobile HMF-Werkskundendienst nur ein bis zweimal jährlich angefordert werden. Und das funktioniert sehr gut. Die stehen uns telefonisch oder per E-Mail-Kontakt zur Verfügung und wenn wirklich eine sehr schwierige Reparatur anliegt, dann können wir auch einen Servicemitarbeiter von HMF direkt anfordern. Bei der Konstruktion des Aufbaus kam es Moser vor allem auf eine möglichst hohe Flexibilität an. So verfügt ein großer Teil des Fuhrparks über eine abnehmbare Pritsche, unter der sich eine Sattelkupplung befindet. Auf diese Weise können die Fahrzeuge bei Bedarf auch als Zugmaschine verwendet werden. Die leichten, robusten und sicheren Ladekrane von HMF sind für die Moser Baumaschinengruppe das ideale Werkzeug für den rationellen Aufbau der Baukrane.